Hallihallo und willkommen zu unserem neuen Video. Heute sind wir mal ein bisschen mehr zu Fuß unterwegs, weil wir müssen nämlich ausweichen. Was sagt der Chef? Ja, leider ausweichen, aber sonst nichts. Dasselbe wie jedes Mal. Die filmt schon wieder. Äh, hä. Jetzt sind gerade Faschingsferien, deswegen ist recht viel los. Und wir weichen aus aufs schönen Taljoch. Da sind wir so gut wie alleine. Das Wetter ist mega, schon fast zu warm und deswegen hat der Martin sich schon mal geschält. Es ist brutal warm. Das sind so 450 Höhenmeter, also nicht die Welt, aber mit cooler Abfahrt. Ja, was sagt der Höhenmeter Abfahrt, ja, haben wir. Stimmt. Mehr Abfahrt als Aufstieg, ist immer gut. Das sind Übungen. Da sind wir oben eingekommen. Ja, war fährig. Freue ich ihn, gut auch. Total warm. Da kommt noch Ali auf den letzten Meter. Und dann geht's nachher wieder runter. In den Grund. Welcher Grund, Martin? Hinterer oder vorderer? Kurz oder langer? Oberer. Oberer. Verdammt. Oberer Grund, ja. Verdammt. Was war im Sommer? Oh, ja. Das ist nicht gut. Aber ein dicker Der Schnee ist gewaltig, oder? Hey, der Schnee ist Bombe, oder? Ja Aber jetzt hoch jetzt Boah, der geht, ja? Ja Bombe Da ist die Kreuzwache, schau mal her Auf der Hebel? Ja Beste Opfer zu heute Ja, das ist okay Auf geht's Alina Da bist du der Beste Ich werde auch geschnitten durch, und dann stöße ich mal der gleiche Weil er einfach so gut geht Oh, hier geht's our way So geil, der ins Retten kommt Was? Die Kreuzwache und du hast noch Eine Ein Ich F pair Ich Ich Will Entfernen Ich Ich Schrapp H Ich Ich Es ist der beste Das ist ein Mann, oder? Ja! Hei, das ist so, oder? Ja! Hei, das ist so, oder? Ja! Das ist so, oder? Ja! 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 Das soll es auch schon wieder gewesen sein von uns. Jetzt sind wir dann nur noch das Tal rausgefahren und in den Bus eingestiegen. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Wir freuen uns natürlich über einen Daumen nach oben und abonniert uns sehr gerne, wenn ihr kein Video mehr von uns verpassen wollt. Wir sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss und ride on! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Teil